Weißt du, wie Investoren in Amerika genannt werden? Masters of the Universe, Meister des Universums. Weißt du warum? Weil sie Meister ihres Lebens sind, ihres Universums. Und weil sie die Macht der Freiheit haben. Zu allen Zeiten haben die Menschen die Adeligen bewundert. Und sie haben sie auch beneidet. Sie wollten gerne auch so reich sein, so frei. Die schienen nicht zu arbeiten. Der wahre Adelige ist heute der Investor. Er hat den Status. Er hat die Freiheit. Er hat die Möglichkeit und den Einfluss, wirklich etwas auf dieser Welt zu verändern. Wir müssen verstehen, wir sind nur dann wahrhaft frei, wenn wir investieren können. Denn sonst nützt uns alles Geld nichts, das wir vielleicht bekommen. Denn wir hätten Angst, das Geld wieder zu verlieren, wenn wir es nicht beschützen können. Wir würden keine monatlichen Renditen bekommen, wenn wir nicht investieren können. Und weißt du, was das Faszinierendste ist? Wer investieren kann, verdient auch am meisten Geld. Und er verdient auch am schnellsten Geld. Wir müssen alle investieren lernen, wenn wir finanziell frei sein wollen. Und ich kann dir dabei helfen. Deshalb habe ich ein brandneues, kurzes Power-Seminar für dich vorbereitet. In diesem zweistündigen Seminar zeige ich dir die wahre Investmentfonds. Du erfährst genau, warum Ameiseninvestoren fast immer verlieren, obwohl sie so fleißig sind und so vieles richtig zu machen scheinen. Sparen, hart arbeiten, investieren und so weiter. Und wie du ein Adler-Investor wirst, der in fünf Jahren von seinen Investments leben kann. Das Seminar ist für dich gratis. Melde dich am besten jetzt sofort an. Das Seminar ist für dich gratis.